Natürliches Trocknen ist nicht nur besser für Ihre Wäsche und die Umwelt, es spart auch Geld. Die Wallfix Wandwäschespinne von Brabantia ist immer einsatzbereit und kann mühelos mit einer Hand bedient werden. Mit einer einzigen Handbewegung stehen Ihnen 24 Meter gespannte Wäscheleine zur Verfügung. Genug für eine ganze Maschinenladung Wäsche. Auch für größere Wäschestücke gut geeignet. Die äußeren Leinen sind 120 Zentimeter lang. Die Wallfix ist windfest, witterungsbeständig und aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Sie verfügt über qualitativ hochwertige UV-beständige Wäscheleinen mit rutschfestem Profil. Die einzelnen Leinen sind jederzeit einfach auszutauschen. Die Trocknungsarme sind mit speziellen Ösen für Kleiderbügel ausgestattet. Ideal zum Trocknen empfindlicher Kleidung. Die Wallfix wird wahlweise mit einer wetterbeständigen Schutzhülle oder mit einer Schutzbox aus Edelstahl für eine saubere und trockene Aufbewahrung geliefert. Sie kann problemlos auf dem Balkon oder im Garten montiert werden. Auch die Montage in Räumen ist möglich. Eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie eine solide Wandhalterung aus Metall mit entsprechender Bohrschablone sind im Lieferumfang enthalten.